Musik 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 Einen wunderschönen guten Morgen hier der Handelsstart in die Woche. Bei uns hier im Tickmail im Livestream heute ein bisschen verspätet, das bitte ich zu entschuldigen. Der Wechsel zu Zoom hat immer mal noch so ein paar Macken, muss ich mal so sagen. Wir streamen ja hier auf zwei Kanälen, einmal für unsere Traderinnen und Trader, die Facebook nicht nutzen. Da schieben wir das Ganze per Zoom über den Ether und dann natürlich der Facebook-Stream hier live jeden Morgen. Von der Seite her, Facebook läuft wie gewohnt, wie auf Schienen in aller Regel. Zoom braucht noch ein paar Anpassungen. Von der Seite her danke ich auch für die Geduld von allen, die hier zuschauen und immer mal auch technische Hilfe und Unterstützung geben. Ich hoffe, dass der ein oder andere Hinweis hier, den ich morgens im Live-Trading bzw. in der Live-Besprechung der Märkte gebe, da ein bisschen drüber hinweghilft. Was machen wir? Wir schicken hier den DAX nicht auf Talbad. Das können die Händler machen. Wir müssen aber schauen, was passiert. Wir sehen es hier. Ich habe ja auch im Research am Sonntag darüber geschrieben. Wir haben heute Gold auf der Uhr, wir haben den DAX auf der Uhr und wir haben das Währungspaar US-Dollar, Kan-Dollar auf der Uhr. Einen Wunschmarkt haben wir auch schon und zwar britisches Fund Schweizer Franken. Das Ganze läuft also hier auch schon über die Ticker. Danke für die Fragen und wer jetzt noch eine Frage hat, gerne rein in die Chats an dieser Stelle. Ich kümmere mich entsprechend darauf, auch mit in der letzten 20, 25 Minuten. Mal schauen, wie lange wir heute brauchen. Ich versuche nicht ganz so lange zu machen, dass hier alle, die zuschauen, auch gleich zur Markteröffnung damit reingehen können. Risikohinweis wie immer. Bitte beachten, in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs kann zu Verlusten führen. Und dann machen wir noch die Nachrichten. Das ist flott gemacht heute. So viel ist nicht. Wir merken, Sommerzeit ist da. Da haben wir auch manchmal etwas dünnere Kalender. 10 Uhr gibt es den IFO-Geschäftsklimaindex 14.30 Uhr, die Auftragseingänge für langlebige Güter. Und da hatte ich ja schon gesagt, gerade beim Thema langlebiger Güter ist es wichtig hinzuschauen, weil wer sich jetzt dafür entscheidet, ein langlebiges Wirtschaftsgut zu erwerben, der blickt ja ganz anders in die Zukunft als jemand, der sich sagt, oh Leute, ich mache mal besser nicht langfristig. Ich muss erst mal gucken, was kurzfristig auf uns wartet. Wir haben momentan wieder eine Hausaufgabe zu lösen in der Wirtschaft. Das ist das Thema Corona. Wir haben es heute Morgen auch in Deutschland schon wieder in den Nachrichten auf NTV beispielsweise gehört. Corona breitet sich in Teilen nicht nur in Hotspots aus, sondern auch wieder etwas breiter in der Fläche. Die Gefahren des großen Lockdowns scheint momentan nicht da zu sein. Aber man muss schon vorsichtig sein. Und wenn diese Angst plötzlich wieder um sich greift, ja, wir wissen, was passiert ist. Das heißt, an dieser Stelle müssen wir einfach mal schauen, was hier auf uns zukommt. Und der DAX spielt das Ganze hier und wir müssen mal schauen, was an dieser Stelle mit dabei reinkommt. Also das Ganze hier an dieser Stelle ein bisschen für die Hintergedanken. Und wir blicken jetzt rein in die Charts. Hier das Tool sozusagen der MT4 mit dem Stereo Trader oben auf. Und wir starten zuerst einmal mit dem Blick in Gold. Und beim Gold, ich habe gestern ja im Research am Sonntag den Gold-Chart gezeigt. Da war man noch knapp unter der Marke von 1920. Jetzt sind wir drüber. Das heißt, Gold steht so hoch wie nie. Das ist irre, Wahnsinn. Eine gigantische Rallye, die hier passiert ist. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir sehen es auch schön trendend. Es ist kein einfacher Schub nach oben, sondern hier ein schöner Trend. Bitte hier, das ist der Monatschart. Nicht vergessen, wir blicken jetzt auf den Monatschart. Den habe ich genommen, damit ich das Allzeithoch hier drüben mit rausnehmen kann. Zum Trading ist das natürlich für die aktiven Trader jetzt nicht unbedingt ein Level, wo ich jetzt sagen muss, wir müssen hier mit dem Monatschart arbeiten. Aber wir gucken uns mal diese riesige Fahnenstange hier an. Das ist natürlich ein riesen Schub nach oben. Und die Aktiven, ja die wissen ja genau, was jetzt hier kommt. Und sollte es hier an dieser Stelle nicht zu einem Flow an Kauforders führen, sehen wir eine Korrektur. Und das ist jetzt natürlich hochinteressant. Klar, die Long-Seite ist auch total interessant, weil wir sehen, in welcher Phase jetzt der Goldpreis so extrem angestiegen ist. Und wir sehen hier momentan einen sehr schwachen US-Dollar und einen sehr, sehr starken Goldpreis. Und das ist immer ein normales Zeichen, wenn der Dollar schwächer wird, dass der Goldpreis steigt. Weil die Verkäufer vom Gold wollen ja eine gewisse Menge an Geld auch dafür haben. Und wenn der Dollar sozusagen schwächer wird, dann sehen wir natürlich ganz klar, dass der Goldpreis hier nach oben angeht. Das heißt, dass es ganz klar Schwäche induziert. Und das Ganze ist jetzt hier weit rauf gelaufen in einer sogenannten, naja, es ist schon eine Fahnenstange. Da brauchen wir nicht viel drum herum reden. Nach oben hin ist natürlich viel, viel offen. Das heißt, in einem so starken Markt mittelfristigen Short aufbauen, da wäre ich als Händler ein bisschen vorsichtig. Wenn es die Setups gibt, ganz klar, einfach aber auch machen. Weil wenn es das Setup ist, dann ist es das Setup und dann muss der Händler das entsprechend auch drehen. Dafür gibt es ja die Risikoabsicherung. Und das ganze Bild, das schauen wir uns mal an. Wir sehen hier auf Tagesbasis natürlich aktuell die Anlauflevel weit, weit weg hier. Wenn man das mal sieht, man hat das große Ausbruchslevel hier. Diese Marke, ich muss nochmal kurz auf den Monatschart rüber rutschen. Schaut mal hier, das ist der Bereich um die 1795. Da hatten wir hier diesen dicken Widerstand. Der ist jetzt natürlich zu einem Support geworden. Und mit Blick in den Tagesschart sehen wir hier auch noch, hier oben an dieser Stelle, hier, das ist das Ausbruchslevel aus der hohen Flagge, die wir hier gehabt haben. Das hier, eine schöne hohe Flagge. Hier der Ausbruch, schön zur Oberseite reingelaufen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn wir eine Korrektur bekommen, bis wohin könnte die denn laufen? Ganz klar, hier oben, das Level übers Allzeithoch bei 1920, das ist ein ziemlich, ziemlich starker Unterstützungsbereich jetzt, weil da sind wir schon schön drüber gelaufen. Aber nichtsdestotrotz, schaut es euch an. Wir sind hier beispielsweise schön im Aufwärtstrand. Der hat sich von unten, wenn ich es näher zusammenraffe, sieht man es auch schön. Schaut euch das mal an. Das war schön, die Seitwärtsrange, als der Markt sich hier über diesem vorangegangenen Ausbruchslevel stabilisiert hat. Und hier unten hat es dann angefangen, nach oben zu trenden. Und dann hat es den Knall zur Oberseite hingegeben. Ordentlich dynamisch nach oben rausgelaufen. Und das ist das, was wir jetzt sehen. Und den letzten Schub hier, das kurze Verharren, der hat auch hier zu einer richtigen Explosion nach oben geführt. Und was wir jetzt momentan haben, ist die Tatsache, dass wir oben so eine Art Spike High gehabt haben. Ich lege hier mal eine Linie drauf. Also das war das kleine Hoch gewesen. Und danach ist der Markt direkt abgetaucht. Und mit dieser Kerze, die wir hier haben, haben wir jetzt auch direkt die wichtigen Level. Die Oberkante und die Unterkante. Das ist jetzt der sogenannte Außenstab, die sogenannte Außenkerze an dieser Stelle. Und die gibt jetzt so ein bisschen die Richtung vor. Laufen wir drunter, könnte es kurzfristig eine korrektive Phase geben. Und wenn wir uns das Ganze in der Stunde anschauen, hier unten ganz klar Anlaufpunkte. Wie schon gesagt, das bitte wohlgemerkt im Kurzfristbereich. Hier das größere Ausbruchslevel als die Dynamik hochgang. Ich mache diese Linie mal eben kurz noch in blau, dass man es ein bisschen besser sehen kann. Das ist ansprechend ein wichtiger Anlaufpunkt zur Unterseite hin. Kurz drunter, hier Unterseite der Flagge. Hier Oberkante Ausbruchslevel, die 1897 Punkte Marke. Grob in etwa. Das sind mal Marker, die wir zur Unterseite haben. Und dann natürlich hier unten noch das nächste. Und schaut euch das mal an. Es ist auch immer interessant, wohin die Korrekturen gelaufen sind. Die letzten immer schön ans Ausbruchslevel ran hier. Und das Ganze für das kurzfristige Trading, das müssen wir uns jetzt mal anschauen. Wer hier auf eine Gegenbewegung setzt, muss natürlich den Markt hier unten drunter bekommen. Das heißt, wir dürfen nicht hier drüber. Wir sollten hier drunter. Das heißt, oben ist der Deckel drauf, unten das Schutzszenario. Beziehungsweise, wenn wir oben nach unten abprallen, für diejenigen, die im Minutenchart traden, könnte das auch interessant werden. Ich mache jetzt allerdings mal den Schwenk in den 5-Minuten-Chart. Und im 5-Minuten-Chart, da sehen wir es. Sollten wir tatsächlich hier Schwäche reinbekommen und drunter durchfallen, dann hätten wir hier einen abwärtstrendenden Markt. Und der kann dann, wie schon gesagt, das hatte ich ja gesagt, die entsprechenden Levels hier mit anlaufen. Das heißt, hier an diesem Punkt, was wir sehen, die Schwungmarken. Hier das wichtige Ausbruchslevel. Hier unten auch der Boden am Ausbruchslevel. Das sind wichtige Marker. Und wer es noch etwas enger sehen will, es kommt ja immer so ein bisschen drauf an, wo die eigenen Wünsche liegen. Hier unten der Bereich um die 1914. 1914 hier dieses Swing Low, dieses kleine, das wäre auch mal noch interessant, mit auf der Uhr zu halten. Hier mit Blick in den Goldpreis für eine mögliche kurze Gegenbewegung. Der ein oder andere wird sagen, oh, hier könnte sich ja auch eine SKS entwickeln. Ja, könnte passieren. Aber bitte im Hinterkopf behalten, ist der 5-Minuten-Chart. Das muss man immer an dieser Stelle sehen. Aber, wie schon gesagt, so was, wenn wir hier tatsächlich unten drunter laufen, da haben wir dann definitiv einen kleinen Abwärtstrend. Und der stellt dann die Korrektur da. Und da muss man einfach schauen, wo es weitergeht. Aber aus aktueller Sicht muss man einfach sagen, der Goldpreis ist sausau stark. Das heißt, wer hier ein bisschen aktiv unterwegs sein will, kann durchaus die Korrektur sehen. Mittelfristig sehen wir eher, wenn sich an der Gesamtsituation auch mit dem schwachen US-Dollar nichts ändert. Das Ganze sehen wir. Wir sehen es ja auch, wo der US-Dollar, Euro-US-Dollar steht. Leute, seitdem wir den das letzte Mal besprochen haben, bei dem Ausbruch an die 1,1495, da haben wir hier das Long-Signal besprochen, genau hier morgens. Leute, wir stehen gerade bei 1,1714. Da muss ich nichts zu sagen. Das zeigt einfach, wie schwach der US-Dollar momentan ist. Und das muss man als Händler einfach irgendwo auch beachten. Und solange wie das so weitergeht, hat der Goldpreis auch richtig gute Karten weiter nach oben anzusteigen. Das ist hier der Blick in Gold. Wir machen weiter mit US-Dollar, Kann-Dollar und danach schauen wir in die DAX rein. Das passt so weit, das kriegen wir vor, um 9 Uhr noch hin. Und dann kümmere ich mich hier um die Wunschmärkte. Zwei haben wir, habe ich gesehen. Es war britisches Fund, Schweizer Franken und US-Dollar, Schweizer Franken. Auch US-Dollar, Schweizer Franken, den haben wir ja auch den Ausbruch unten raus miteinander besprochen. Auch hervorragend gelaufen, dieses Setup. Also man sieht, es macht wirklich Sinn, hier morgens mit reinzuschauen. Jawohl, die Märkte werden mit Geld voll gepumpt und das hat halt Auswirkungen. Und das viele, viele Dollar-Geld macht den Dollar halt momentan etwas schwach. Und das sieht man dann entsprechend. Also da ist es gut, dass man hier 1 und 1 zusammenzählt. Aber ich sage an dieser Stelle immer, bitte nicht blind traten, sondern wartet bitte, bis der Markt bestimmte Setups spielt, dass man den Markt auch im Rücken hat. Ansonsten, wenn man nur seine Meinung tradet, ja viele wissen es ja, Meinungstrade kosten in der Regel Geld. So, wir machen jetzt weiter mit dem Währungspaar US-Dollar, Can-Dollar. Bitte hier auch immer das Thema mit berücksichtigen. Der kanadische Dollar ist eine Petro-Währung. Das heißt, wenn der Ölpreis sich mal stark in eine oder andere Richtung bewegt, dann ist es gut wahrscheinlich, dass der kanadische Dollar sich auch bewegt. Kanada-Dollar hier im, also US-Dollar, Can-Dollar, bekannt weitläufig als Canadian-Dollar. Aber wenn er hier unten drunter rutscht, schaut es euch an. Die 1,338, das ist momentan das letzte Haltelevel vor dem nächsten Schub nach unten. Das ist der ehemalige Kaufbereich hier. Er wurde hier angetestet. Wir sind nach oben gelaufen. Hier hat der Markt sich Freitag ein bisschen zögerlich gegeben mit dem Bruch an dieser Stelle. Und jetzt stehen wir schon wieder unten ran. Wenn der Abpraller kommen sollte, dann natürlich ein bisschen nach oben orientieren. Das gucken wir uns gleich in der Kleinzeiteinheit an. Kommt aber der Bruch. Schiebt es den Markt runter. Bleibt er entsprechend schwach. Ja, was soll dann passieren? Dann müssen wir uns auf der Unterseite austoben. Und das Thema Unterseite austoben würde halt bedeuten, der Markt bricht ja aus dieser leichten Range nach unten hin aus. Und dann haben wir nach unten auch schon die guten Level stehen. Schaut es euch an hier. Die Marker von 1,3315 bzw. 1,32 sind dann auf Tagesbasis mal die nächsten Anlaufpunkte auf der Unterseite. Hier das kleine Swing, High, nein Low, also das Bewegungstief, was wir hier unten gehabt haben. Hat auch genau diesen Bereich hier getroffen, diesen ehemaligen Kaufbereich hier. Diesen Drehbereich um die 1,3315. Deswegen das der erste Bereich auf der Chartunterseite. Und das Ganze schauen wir uns mal ganz kurz noch im Stundenchart entsprechend an. Heute mal nicht der 4-Stunden-Chart. Wir müssen hier ein bisschen näher ran an die Märkte, damit wir sehen, was hier los ist. Und hier sehen wir ganz klar, der Markt, der springt hier schon so ein bisschen rum unten ran. Wartet mal, ich schiebe das mal kurz ein Stückchen rüber. Der Markt, der springt hier unten schon ein bisschen unsauber rum. Wenn man das mal so sieht, aktuell bzw. generell, kurz einen Augenblick. Ich mache mal kurz mein Zeichentool an. Ich hoffe, es funktioniert hier an dieser Stelle. Also, wenn man sich das mal anschauen möchte, hier, guckt mal. Das war hier entsprechend der Abwärtstrend nach unten. Diese Marke hier, die ist wichtig momentan zu sehen. Es scheint so zu sein, als wenn hier oben irgendwo ein bisschen so der Deckel drauf ist und der Markt nicht so richtig hin will. Das macht ja gerne mal der Markt, dass er oben einfach anlupft. Oh, Moment. Das mal rückgängig. Ich brauche das hier. Dass er oben einfach anlupft und einen Widerstandsbereich kreiert. Und die sind meistens ein bisschen unsauber. Wichtiger an dieser Stelle ist einfach zu sehen, was danach passiert. Und wenn wir sehen, der Markt läuft ran und dreht wieder komplett nach unten ab. Das ist wirklich eher ein Zeichen dafür, dass der Markt schwach ist und wieder in die Abwärtsrichtung reingeht. Und wenn wir uns das mal eben anschauen wollen, dann sehen wir es auch im Kleinen. Schaut mal, da ist hier oben reingelaufen und hat genau das gemacht, was er hier... Schaut es euch an. Wenn das passiert, was ich hier im Blau sozusagen nach unten hinskizziere, dann ist das genau der Weg. Das ist hier der Weg nach unten. Das ist das Schurtsignal, der Bruch nach unten durch, die Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends zur Unterseite hin. Und das muss man definitiv als Trader auch beachten. Und wenn wir uns schon dann einen schönen Abwärtstrend hier anzeigen lassen können, das ist dann genau das Verhalten. Wenn ich sage, jetzt haben wir den Trend im Hintergrund. Der Markt schiebt von hinten nach unten durch. Und genau das ist es. Abprall-Szenarien hatte ich auch schon gesagt. Kommen wir hier nach unten hin. Nicht aus den Puschen. Und der Markt läuft hier oben über die 1,34, 33, 35 drüber. Dann müssen wir uns eher auf der Oberseite orientieren. Das erste Anlauf-Level in dem schwachen Markt, wenn wir echt eine etwas weitere Korrekturausweitung nach oben hinbekommen, wäre mal hier oben dieser letzte Bruchbereich um die 1,34, 9. Wenn wir uns das mal ganz kurz anschauen wollen hier an dieser Stelle. Das ist entsprechend hier der Bereich. Kurz einen Augenblick. So, hier. Das ist das Ausbruchslevel, das letzte, wo wir hier unten drunter durchgefallen sind. Das ist das, wo es den Markt nach unten weggedrückt hat. Und das wäre im Falle einer weiteren Korrekturerholung, dass wir hier wirklich einen Bounce nach oben bekommen und der Markt anfängt nach oben zu trenden. Dann wäre das mal der erste Anlaufpunkt. Und der nächste Anlaufpunkt, da schalte ich mal kurz in den 4-Stunden-Chart. Das sind halt Level, die wir hier haben. Hier haben wir ein kleines um die 1,36, hier oben diesen Staubereich um die 1,36, 3. Und dann sind wir schon wieder auf dem Weg zur oberen Range, die 1,36, 8,60. Die Werte, die wir hier oben entsprechend sehen aus dem 4-Stunden-Chart, die könnten dann interessant sein. Aber wie schon gesagt, da muss der Markt wirklich erstmal die Kraft finden, nach oben hin anzusteigen. Und das ist das, was wir momentan zumindest noch nicht sehen. Momentan sieht es eher schwach aus. Das heißt, eher auf die Unterseite ausgerichtet. Und damit gehen wir zum Index hier rein in den DAX. Und ich habe mit Absicht mal hier den Wochenchart vom DAX aktuell offen, weil wir im Wochenchart eine sehr, sehr wichtige signalwirkende Kerze sehen. Schaut euch diese Kerze hier an. Und ich meine damit genau diese fette Verkaufskerze hier. Wenn ich das mal noch reinzoome, ein bisschen näher, dann sehen wir es. Das ist schön der aufwärtstrendende Markt, den wir hier haben. Was ich hier in blau eingezeichnet habe, ist mal der Trend auf Tagesbasis. Und hier das letzte Kauflevel bei 12.780 Punkten. Und hier sehen wir auf Wochenbasis eine sehr starke Verkaufskerze. Diese Kerze für sich allein genommen hat überhaupt nichts zu bedeuten. Das kann einfach nur die Gegenbewegung gewesen sein. Wir sehen ja, der Trend hier ist noch völlig in Ordnung. Und wenn wir hier in dem Kauflevel, ich sage mal ganz grob über den Daumen, bei 12.800 Punkten wieder Käufer reinbekommen, dann kann das ganz problemlos technisch gesehen einfach weitergehen, dass wir hier, hier unten rein, das ist einfach nur eine Gegenbewegung gewesen, eine Korrektur und danach, dass der Markt wieder schön nach oben strebt. Das ist alles technisch überhaupt kein Problem. Wir müssen nur genau hinschauen, was wir hier an dieser Stelle mit sehen. Aber, und jetzt das große, große Aber, das müssen wir auch immer mit dem Kopf behalten, die aktuelle Nachrichtenlage. Wir sehen es bei uns in Deutschland, nimmt Corona wieder ein bisschen Lauf an. Die Leute werden ein bisschen vorsichtiger. Und wenn jetzt plötzlich wieder Angst ins Spiel kommt, ich habe ja am Freitag in der großen Marktbesprechung auch den US-amerikanischen Wichs mal gezeigt, dass der, also der Volatilitätsindex, dass der wieder ansteigt. Und das heißt, die Angst nimmt zu, die Unsicherheit nimmt zu. Und wenn das Probleme gibt, das könnte wirklich ziemlich poltern. Und wir haben momentan halt, gerade auch in den USA, die geben ja schön die Richtung vor, ob es hoch oder ob es nach unten geht. Wir haben dort die Situation, dass wir aktuell das Thema China wieder so ein bisschen auf dem Tisch haben. Da poltert Trump ja wieder rum mit China. Jetzt mitten in der Krise halt auch zum Thema Wahlkampf auf der einen Seite. Aber ich will das hier nicht zu politisch werden lassen. Auf der anderen Seite das Aufflammen der ganzen Corona-Infektionswelle, die jetzt deutlich wieder in Vormarsch geht. Das hat natürlich Auswirkungen auch auf die Wirtschaft. Und das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Wenn es hier tatsächlich zu einer Angstwelle, einer weiteren Angstwelle kommt, dann könnten wir durchaus von hier oben aus einen Rutsch nach unten sehen. Der wäre nicht schlimm für das gesamtbullische Bild. Ja, also das heißt, solange wie man trotzdem diese Krise beziehungsweise diesen ganzen Umgang mit dem Covid-19-Virus hier in den Griff bekommt, dann wird das mittelfristig auch schön weiter nach oben gehen. Und wir haben ja auch Chancen und wir sehen ja auch, was die Zentralbanken machen. Also die versuchen schon alles, um mögliche extreme negative Effekte abzufedern. Das wird sich am Markt wieder durchsetzen. Wir haben ja den Kommentar auch gehabt, das Geld geht auch in Teilen an die Märkte. Und man ist alternativlos. Es gibt nichts am Zinsmarkt zu holen. Das heißt, der Risikoappetit ist schon da, wenn man das Ganze sieht. Und hier stehen wir jetzt vielleicht nur in einem kurzen Sommerloch. Da muss man einfach mal schauen auf Tagesbasis beziehungsweise Wochenbasis im DAX. Sehen wir aber mal, wenn man mal diesen größeren Aufwärtsschwung hier anschaut, ein ganz, ganz großes Auffanglevel, was wir haben, ist hier unten die 11.600-Punkte-Marke. Hier, das war der große Drehbereich. Das war das kleine Zwischenloch, wo der blau markierte Tagestrend nach oben gegangen ist. Und dieses Bild durchaus nach unten als Anlaufpunkt. Und dann kommen wir jetzt auf die ganzen Linien hier zu sprechen, die wir im Chart noch mit sehen. Das ist jetzt entsprechend mal der Markt nach oben laufen. Das ist schön, der aufwärts trendende Markt. Das ist jetzt die Korrektur hier, Donnerstag, Freitag, letzter Woche. Ordentlich Verkaufsdruck in den Märkten. Und heute Morgen sehen wir halt hier kurz vor Markteröffnung auch einen Markt, der wirklich freundlich reagiert. Das heißt, wir starten nach den Abgaben der letzten beiden Handelstage freundlich zumindest in den Handel rein. Der Markt nutzt genau dieses Level, was wir hier jetzt haben, diesen letzten Kaufbereich. 12.780 bis 12.800 Punkten. An dieser Stelle, das heißt, das schön nach oben hin zu sehen. Da haben wir Anlaufmarker da. Die kommen aus dem untergeordneten Zeitverlauf. Das schauen wir uns gleich noch an. Also wir gehen gleich nochmal vom Tag in die Stunde rein. Nach unten hin müssen wir einfach sehen, wenn wir hier unten drunter durchfallen, das heißt hier neue Tiefs machen, dann ist das ganz klar der Shortgeschichte geschuldet. Dann haben wir die Anlaufpunkte auf der Unterseite. Mit Blick in den blau markierten Tageschart wäre hier die Korrektur in diesem laufenden Trend, die Ausweitung bis zur Unterseite hin, ohne weiteres drin, bis 12.400 Punkte. Das muss man an dieser Stelle einfach mal sehen. Die Luft ist entsprechend da. Unten drunter gibt es auch noch ein paar Auffangpunkte. Die habe ich auch hier in Magenta-Farbe mit gekennzeichnet. Auch hier sehen wir bestimmte Level auch schon im Tageschart. Zum Beispiel hier unten die Marke von 12.530. Das sieht man schön. Das ist ein Kauflevel. Da wollte der Markt hoch. Genauso wie man hier schon sieht. Das ist ein Verkauflevel. Da wollte der Markt runter. Genauso wie hier. Das sind diese stark ersichtlichen. Und genauso hier an dieser Stelle. Das ist ein Verkaufbereich. Hier sind wir drunter gerutscht unter das Tief dieser Kerze. Das sieht man hier ganz gut. Aber da braucht man viel, viel Übung. Aus diesem Grund gehen wir jetzt einfach mal in die Stunde rein. Und das Ganze, also es braucht Übung und auch Verständnis. Das ist auch der Punkt, worum es in der Ausbildung im September auch gehen wird. Dass dieses Verständnis auch da ist. Und nur wenn man dieses Verständnis hat, kann man wirklich auch einen leichten Flow im Trading mit drinnen haben. Und hier sehen wir es nochmal. Das, was ich gerade auch auf Tagesbasis gezeigt habe. Das hier war der Bruchbereich. Das war das Zwischenhoch. Hier haben wir ein weiteres kleines Zwischenhoch. Das sind die Dinge, die sind da. Und das ist einfach die Lesweise, die hier da ist. Und das sind durchaus Marker. Wenn wir da oben reinlaufen, da haben wir wirklich gute Karten, die Oberseite weiter anzuspielen. Ich mache hier mal noch einen zweiten Punkt rein. Hier haben wir noch ein kleines Zwischenhoch. Um die Marke von knapp 12.937. Und das ist jetzt das Interessante. Hier mit Blick in den DAX rein. Schaut mal, ich zeichne euch das nochmal ganz kurz ein. Hier also an dieser Stelle. Wartet, Moment. Also das hier. Das war das letzte Korrektur im Abwärtstrend. Hier unten drunter. Und wenn wir jetzt hier den Markt nach oben steigen sehen. Also wenn wir genau das sehen. Dann ist das genau das Verhalten, dass wir sagen. Gut, jetzt rennt ihr die Stunde wieder hoch. Dann haben wir einen sauberen Abprall von unten. Das ist ja genau dasselbe wie hier. Wir sind hier schön nach oben gelaufen, haben durchgeatmet und hier hat sich dann der Trend fortgesetzt. Das ist genau das Verhalten, was wir hier auch sehen wollen, wenn der Markt hoch will. Das heißt hier erstmal Aufwärtstrendbildung im Kleinen. Das wäre erstmal das erste wichtige Zeichen. Also hier oben drüber. Die Waage ist jetzt ein bisschen hoch, aber hier über dieser Stelle sozusagen. Und dann über dieses Zwischenhoch drüber und dann ist der Weg nach oben frei. Und dann haben wir die Anlaufpunkte hier da und dann können wir durchaus die Orientierung auch zur Oberseite sehen. Ob es so kommt, muss man sehen. Aber das ist mal genau das Bild, was man hier an dieser Stelle hat. Unterseite wäre Trendfortsetzung. Das heißt, das was sich hier runter schlängelt, dass sich das weiter schlängelt, dass wir hier eine Umkehr sehen. Der Markt abverkauft. Das wäre dann genau der Punkt. Egal von wo aus wir auf diese Reise gehen, fallen wir hier unten drunter unter das Zwischentief. Hier unten, wartet mal, wir gucken mal kurz, wo es war. Hier, das war das Low. 12.700 und knapp 52 Zähler. Da drunter, dann haben wir den Lauf nach unten auch wirklich frei. Und was wir da sehen, die einfachen Punkte hier. Natürlich das Zwischentief bei 12.400. Hier das untergeordnete Swing Low bei 12.530. Und hier haben wir untergeordnet so einen kleinen, kleinen winzigen Drehbereich, der hier in dieser Bewegung nach oben gekommen ist. Das könnte durchaus auch ein Level sein, wo Reaktionen vom Markt auch kommen können. Das ist hier mal der DAX in der Nahbeleuchtung, die jetzt auch für den Handel interessant werden könnten. So, jetzt haben wir es 9 Uhr. Damit wäre das mal besprochen. Und wir machen jetzt noch drei Wunschmärkte, sehe ich hier. britisches Fund, US-Dollar, britisches Fund, Schweizer Franken und US-Dollar, Schweizer Franken. Ich fange mal ganz kurz an mit US-Dollar, Schweizer Franken. Hier an dieser Stelle. US-Dollar, Schweizer Franken haben wir da. Wir haben es ja gesehen. Boah, Leute. Hey Mann, ich hoffe, ihr wart dabei, als wir besprochen haben, hier das Verkaufssignal. Es ist einfach fantastisch gelaufen. Das sind die Märkte, wo das wieder funktioniert. Jetzt funktionieren die Ausbrüche momentan auch wieder. Genau das, was wir brauchen als Trader, läuft hervorragend. Beim US-Dollar, Schweizer Franken muss man jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Wir sind hier, ich schalte mal ganz kurz auf die Woche um. Wir sind hier, wir sehen es, unter einem sehr, sehr wichtigen Bereich gelaufen. Wir stehen momentan so tief wie seit 2018 nicht mehr. Seit Februar 2018 war hier unten das tief. Das ist das tiefste Tief seit dieser Zeit. Und wenn wir jetzt mal schauen, was wir am nächsten offen haben, dann haben wir hier unten die Level. Schaut mal, das wäre ein Bereich, der durchaus unten als Anlauflevel mit zur Verfügung stehen könnte. Ich mache das mal ganz kurz hier in grün. Das heißt, da haben wir unten grob die Marke hier. Moment, der nächste größere Anlaufpunkt. Wie schon gesagt, wir haben hier einen Monatschart, ja? Wäre bei 87, also 0,87 Schweizer Franken. Das ist der Punkt, wenn wir hier den Fortlauf bekommen. Und in dem Währungspaar, wir gehen mal ganz kurz noch in die Stunde rein. Wir haben jetzt hier ein wichtiges Low rausgenommen. Und als wir das letzte Low rausgenommen haben, wartet, da müssen wir mal kurz in den Tagesschat zurückgehen. Schaut mal, das war, Moment, das war das Level, was ich hier drüben als kleinen Anhaltspunkt gegeben habe. Hier, das Zwischentief, das kleine Zwischentief von hier drüben. Ja, das war diese grün markierte Linie. Da haben wir es auch gesehen. Da ist der Markt drangelaufen, hat ein bisschen gehalten, ein bisschen rumgedümpelt, kurz hochgegangen und dann nach unten. Ähnliches könnten wir hier auch sehen. Wenn wir jetzt eine Stabilisierung unten drunter bekommen, vielleicht auch eine tiefe Flagge. Das könnte dafür sorgen, dass wir den nächsten deutlichen Rutsch zur Unterseite sehen. Dass der Blick in den Schweizer Franken mal in die Stunde rein. Das heißt, für all diejenigen, die jetzt auch dabei sind, einfach mal schauen, was passiert. Letztes Korrekturhoch dieses Bewegungsarms hier auf Stundenbasis haben wir oben liegen um die 1,92. Da ist ein bisschen Luft noch da, wo der Markt ja einfach spanken kann. Das muss man mit den einzelnen Setups ein bisschen anschauen. Aber solange wie dieser Bewegungstrend intakt bleibt, ist er intakt und er kann sich dann zur Unterseite weiter nach ausdehnen. Also das Ganze sieht sehr, sehr schwach aus. Hier in diesem Bereich müssen wir jetzt einfach nur mal schauen, was es gibt, was es bekommt. Wenn wir hier eine schöne Korrektur bekommen, wandert das, zumindest sofern ich es mitbekomme, definitiv auch in unsere Morning Briefings mit hinein. Das zum US-Dollar, Schweizer Franken. So, dann mache ich weiter mit britischem Fund, Schweizer Franken und danach kümmern wir uns ums Cable. Das hatten wir ja auch besprochen, auf der Oberseite der Ausbruch oben drüber. Aber zuerst hier den Fund, Schweizer Franken. Der sieht momentan, Moment, hier haben wir aktuell visuell ein bisschen Chaos. Ich nehme mal kurz hier Marken raus, die wir nicht mehr brauchen. Aber diese ganzen untergestrichen Linien, die muss ich jetzt mal kurz mit drinnen lassen. Was wir hier im Bild sehen, ist ein Hin- und Herschwingen. Also das, was wir hier sehen momentan, wir haben oben einen Deckel drauf, wir haben unten sozusagen einen Boden, den wir hier drinnen haben. Und wir haben zwischendrin noch einen Schwungbereich um die 1,19,02 hier in diesem Drehbereich, also um die 1,19. Da laufen wir hin. Und was wir momentan hier sehen, ist dieses kleine untere Level, was schon mal sozusagen Markterfahrung hatte. Und wenn das gebrochen wird, dann haben wir im Kleinen, deswegen jetzt mal die Stunde, den nächsten Anlaufbereich hier. Und das wäre dieser Bereich von 1,17,2,8 in etwa. So, und jetzt der Blick in die Stunde. Das ist das, was wir hier sehen. Der Markt trendet runter. Hier hat man einen Seitwärtslauf. Also auch hier sehen wir immer wieder Seitwärtsphasen. Aber wir haben ganz klar hier unten eine Art Nackenlinie drin und da laufen wir jetzt drunter. Und wenn wir da drunter definitiv weggehen, dann haben wir gute Chancen zur Unterseite rauszulaufen. Und da steht halt der nächste Anlaufpunkt kurzfristig hier unten bei 1,17,28. Beziehungsweise, ja, dann können wir uns weiter runter orientieren. Mal dieser Drehbereich hier unten, den wir so dick haben, um die 1,17,15. Als der Markt hier raufgelaufen ist, diesen Abwärtstrend rausgenommen wird, hier nochmal drunter gelaufen. Also ganz grob so diese Marke. Das ist zur Unterseite da, wenn die 1,17,28 nicht halten. Und danach können wir uns schon relativ flott weiter zur Unterseite orientieren. Da haben wir hier unten dann die Marken um die 1,16,18,50 und 1,16,30. So in etwa ganz grobe Anlauflevel auf der Chartunterseite. Und dann gehen wir jetzt noch rein in das Cable, britisches Fund, US-Dollar. Wie schon gesagt, das sieht auf der Oberseite recht interessant aus. Zumindest ist das das, was ich gestern aus meiner Marktvorbereitung auch noch im Kopf mit hatte. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal auf Tagesbasis an. Jawohl, Freunde, der Bruch ist tatsächlich gekommen. Gestern standen wir hier, jetzt sind wir drüber rausgelaufen und jetzt wird es wirklich, wirklich interessant. Und zwar, wir haben hier unten unter diesem Verkaufslevel ein wenig verharrt. Und wenn wir jetzt oben drüber fliegen, dann haben wir wirklich gute Karten nach oben rauf zu laufen. Hier kleiner Anlaufbereich 1,29,75. Größerer Anlaufbereich 1,32. Ja, hier oben 1,23, also 1,32,1 in etwa. Das ist der obere Bereich, den wir hier haben. Und das ist jetzt das Coole, finde ich zumindest, wenn der Markt uns echt so eine Chance gibt. Schaut euch mal an. Er hat uns hier schon gezeigt, hey, Guys, ich will hoch. Ja, er ist über diesen Bereich drüber gelaufen und hat über diesen Bereich hier eine leichte Seitwärtskonsolidierung gemacht. Hier in diesem, in diesem, in diesem Drehraum. Und ist dann nach oben ausgebrochen. Das ist so ein Verharren über so einem wichtigen Level. Da ist der Kaufdruck, äh, der Verkaufdruck raus. Und das ist schön zu sehen. Und wie schon gesagt, wenn wir jetzt tatsächlich von unten oben wieder rauskommen, dann haben wir hier schön den Bewegungstrend am Laufen. Der korrigiert jetzt. Und wenn es den oben drüber wegreißt, dann wäre das genau der Punkt, den wir für die Chart-Oberseite brauchen. Und wie schon gesagt, wenn wir uns das Ganze mal anschauen wollen, auf Tagesbasis, dann sehen wir es. Die Anlaufpunkte sind gegeben. Und wie schon gesagt, nach oben hin haben wir ordentlich Luft. Ein bisschen, ja, es ist halt hier so ein bisschen unsauber gelaufen. Aber ich sag mal, dieses Drehlevel hier oben, äh, was haben wir da drinnen liegen? Kurz einen Augenblick. Ich mach's mal kurz noch in einer anderen Farbe, die wir haben. So. Na, wo ist sie hin? Ach, ist jetzt wurscht. Moment. Zack. Boom. Da haben wir es. Hier oben, dieser Bereich, diese Marke, die ist ja wichtig. Das ist so ein bisschen so ein Drehbereich, ja. Also wir sehen, wir haben oben ein paar Lagen oder ein paar Levels, die wir beachten sollten, wo eventuell auch ein bisschen Gegenreaktion nach unten kommen kann. Aber selbst bis dahin haben wir ja jetzt aus den Kleinzeiten eine ordentlich Luft, wo man nach oben hin spekulativ durchaus den einen oder anderen Schub noch mitnehmen kann. Hochinteressant für die Longseite, wie ich finde. So, damit sind wir durch für heute auch mit den Fragen. Ich freue mich sehr, dass erstens heute Zoom funktioniert hat und zweitens wir wieder ordentliche Mitarbeit bekommen haben. Da freue ich mich sehr drüber. Ich sage danke fürs Zuschauen. Empfehlt uns weiter. Schauen wir morgens wieder rein. Morgen um 8.30 Uhr, wie immer, der Blick in die Märkte-Blog-Eintrag gibt es vorher. Und dann sage ich mal allen einen guten Trading-Start. Und ja, bis morgen. Bye, bye und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.